herzlich willkommen leute zu etwas anderes total random und fernab vom schuss heute mit tau tau dem sachsen liquid duck monster und kripsmon hallo so geschrieben hallo ist ein ja eine art ttt viele kennt unter dem namen mafia von damals oder werwolf aus sehr bekannt jeder kriegt eine random rolle zugewiesen und muss am ende versuchen für sein team das spiel zu gewinnen indem er entweder nachts leute beschützt infos sammelt oder andere leute umbringt und jetzt müssen wir erstmal so random namen eingeben damit die anderen hier nicht schummeln ich höre einfach schon da ruhe ist krebs war der ganze namen aufgerissen was ist der was bin ich du bist schon darüber du hast den namen vergessen eigentlich nicht identifizierten opfer ich weiß ja john smith ist schon wieder dabei ist dass der selbe der john smith den erkennt man ja an seinem skin oder der hat doch hier im skin der heißt jetzt wer macht jetzt was fieses von euch ich bin sk ich kann immer leider immer noch nichts machen oder das ist ausgeblendet bei mir was du kannst du sagen was du bist das verändert ja bei uns nix wir müssen ja nicht miteinander reden also ich so lange keiner irgendwie executioner du hast jetzt normal hier steht noch wer mein target ist aber ich kann leider nichts machen du musst am tag du musst am tag du musst am tag dafür sorgen im chat dass die dass die taunis dein target killen also dass das erhängt wird und wenn es über nacht stirbt dann wirst du zum chester dann musst du schauen dass du gehängt wirst die geilste rolle ever alter was hast du noch drückt die quitt ich gehöre der mafia an alter drei neue ton ist nicht gut da habe ich immer aussteht die aufgeräumt diese traurige musik oh ein escort ach du scheiße ach du scheiße so ein scheiß war das einer von euch die wird ich bin der serie killer ist eigentlich ja klar wir reden ja nicht miteinander wir reden also wie sagen ich weiß du bist der super attraktive drohler und kannst nach dem film für die bösen sieht jetzt ich weiß ich sehe gar nicht so sexy hat sie auch sind schon so auf dem boden liegt ich bin irgendwie ein kerl alter ich bin raus du bist auch tot ich bin john smith das spiel jetzt verlassen so rage quitsch keine chance mehr boah das ist doch kacke vorhin noch voll lang durchgehalten und jetzt in der ersten nacht abgemurzt natürlich natürlich wer warst du scarecrow oder was wer hat dich jetzt erwischt weil die mafia zu warum hat warum hat sich der thomas stanford suizidiert wahrscheinlich hätte er aus dem spiel gegangen ne died last night ja weil schau im chat lag da steht suicide dass er sich entschieden hat dass er suizidiert ja und dann hier committed suicide wie kannst du hochscrollen im chat du hast nehmt dein last will aus dem chat lock ha ha geil das ist ja praktisch oh ja so erstmal wer votet denn da schon ne ohne ohne hinweis keine competition so wird das nicht ohne tasche ohne tasche die handtasche musste bendig sein bin tot was denn vor der war noch doktor nacht zieht sich immer voll naja die mafia kann miteinander schreiben stimmt ja die mafia muss ja in der nacht sich entscheiden wenn sie umbringen oh medium hat info oh 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 gramps ist nicht john smith weil der hat ein skit pay to win ist genau in dem spiel finde ich komplett anders das ist pay to die du greifst doch eh die an warum geht er zweimal zum gleichen wenn na weil die rolle geblokt wurde ja dann kann man ja nur irgendein mafia sein oder oh na was hab was hab cash cash was da du ey ist live es geht wir haben ein serial hier er wurde er ist er hat er selbstmord begangen wurde vom ding ins hin gerichtet vom und vom serienmörder angegriffen er hat alles abgekauft ist das schon der serienkiller denn böse oder ja der ist böse der ist ja für sich alleine der ist ja für sich alleine mit der witcher und survivor ich muss alle taunis killen ich muss alle mafias killen ich muss einen arsines killen und ich muss einen werwolf killen ich hab jemanden gekillt ja hab ich gemacht ja dann bist du der mafioso oder wieso kann ich die sachen da nicht lesen ich bin mafia ja du bist der mafioso weil sonst wer deinen treffen hat oder was der godfather hat mir gesagt ich soll ihn um ja ja ist schon klar aber ist ja klar ich sag ja nur du bist du bist der mafia kann ich lesen was die da schreiben irgendwie der faket auch nur der schreibt auch nix achso jonecker in sachsen das war's ey mike meyers ist auch da boah stimmt mir wie hat es gegen mich wortel kurt hansen kill mike hat jetzt niemand gekillt oder was ist hier los nee wie wollte ich keinen hängen ey in der probe runde war es schön nee fann ich auch das war richtig grander ich hab ja eine ähnliche rolle von der probe runde ich konnte die ganze zeit nichts machen kann zugucken ach john smith war ja hier so ein mafiamensch hmhmhmhmh hab ich gut erwischt oder was ist denn der framer? der framer ähm es gibt mehrere leute die äh können nachts wen besuchen und sehen welche rolle der hat der framer ähm ändert das einfach Dann steht das dann nicht. Ja, der lehnt das komplett, oder? Oder ist das der Framer, der das vertauscht? Nein! Ihr Monster. Du hast einen Dutch-Chick. Kurt Hansen, Mike. Ey, wo hast du denn? Hey, to win, ey. Oh, das ist deine Nachricht? Ja. Mike is a Serial-Killer? Was? Oh, look a knife. Deswegen hat er mich auch abgestochen. Der hat mich auch abgestochen. War wohl nicht hübsch genug. Keine Ahnung. Ich fänd's so geil, dass ich halt Sheriff war und auch noch diesen Geld kaum auf hab. John Smith Nothing, ja, war Framer. Wieso kommt das immer wieder da? Immer wenn ich einen töte? Liegt das daneben? Das ist meine Mord-Nachricht, die ich dir dahinter lasse. Oh. Was? Wer hat Suicide begangen? Was? Wer hat Suicide begangen? Der ist ja normal der, der auf den anderen schießen kann, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist jetzt meine zweite Runde. Ich fang grad, äh, ich fang grad Dalo nämlich. Ach, der filthy Frank? Nee, weil jetzt der Investigator kann nachschauen, welche Rolle jeder hat. Naja, Doktor ist doch tot, oder kann man mehr Doktoren haben? Äh, Random Town, ich kann sein. Das ist jetzt der Veteran. Drei übers Zweiten. Gibt's aber zweimal Random Town? Nein, sein Name ist Random Town. Ja, ja, aber... Ein Dokt ist tot, und Random Town schreibt er ist Dokt. Das heißt, das kann ja schon nicht stimmen. Weil, Random Town hat DJ Hooker gemeint, dass er Random Town Jailer ist. Das heißt, Random Town wäre dann schon vergeben. Und Dokt kann dann nicht mehr vergeben sein. Wieso, es kann zwei Dokts geben, wenn der wirklich... Random Town? Genau. Ja, aber einer ist doch schon tot, ein Dokt. Ich glaub immer noch, dass Honekos ist. Und wenn's nur einmal Random Town gibt, ist es Random Town Jailer. Das heißt, äh, Random Town, also der so heißt, kann kein Dokt sein. Warum kann der Random Town kein Doktor sein? Ja, weil der Artikus gemeint hat... Die Rolle Random Town gibt's nur einmal generell, oder? Nee, das kann alles sein. Ja, aber das kann nur ein Spieler sein. Ja, und der richtige Doktor ist tot. Ja, aber der andere hat gemeint, dass er Random Town und Jailer ist. Und wenn das stimmt... Vielleicht hat der andere Random Town ja auch gelogen. Ich sag ja, wenn das stimmt würde, könnte der kein Dokt sein. Und er hat auch nicht geschrieben, dass er Random Town Dokt ist. Das ist korrekt! Ja stimmt, das ist richtig. Ja eben, er hat auch nicht geschrieben, dass er Random Town Dokt ist. Weil er hat nur geschrieben, dass er Dokt ist. Aber der normale Dokt ist schon tot. Das heißt, da stimmt was nicht. Dann müssen wir mal auf den Grund geben, ich hol mal eben meine Lupe. Wir hatten Random Town und Artikus umgebracht. Random Town Dive. Er war so Vigilante. Warte mal, was war denn das jetzt schnell? Oh, das Medium. Oh shit. Medium hat auf jeden Fall richtige Infos aus der Nacht rausgeholt. Hä, warum hat er dann gesagt, dass er Adam Dokt ist? Der Chester. Er war ja gehängt werden wollte. Der Chester muss ja schauen, dass er gehängt wird. Stimmt, er hätte damit gewonnen. Er hat absichtlich gelogen. Mhm. Damit er auch am Tag erhangen wird. Aber er hat halt damit gerechnet, dass die Mafia unter... Nee, aber Artikus war Chester und Artikus hat überhaupt nichts geschrieben. Er hat am Tag geschrieben, dass er Dokt wäre. Random Town hat geschrieben, dass er Dokt wäre. Ja, er hat gesagt, er wäre Random Townie und er wäre aber Dok. Nein, nein, nein. Look at the chat log. Of what he said. Da, I'm Dok, bohr auf. Die Bösen werden... Der Random Town hat geschrieben, but I'm Dok. Dann hat Artikus geschrieben, I'm Dok, bohr auf. Die Townies picken dich durch, ja, die haben keinen Plan. Noch ist sie nicht vorbei. Sind ja doch zwei Böse vor allem. Ja, aber noch ist nicht vorbei. Ah. 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 Sag sie, was bist du? Sag sie, die Fans, die Fans. Ja. Erik. Cool, ne. Jetzt alle guilty. Geil. His girlfriend. Na Gott, Vater. He is my girlfriend. 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 We have two more test-runner abschettest. Was wollen die alles mit GF, ey? Oh. Ab mit dem Kopf. Any last words? Oh. 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 Da sagst du wieder ein. Oh. Was war der Vigilante? Er kann rumschauen und sehen, was die anderen sind. Ja, dann sind jetzt alle noch Mafia und der Serienmörder. Das heißt, es war eigentlich noch relativ wichtig. Zwei Mafia, der Serienmörder und ein Chester nochmal. Und der Chester. Ah, plötzlich der Exe. Execute diesen. Ich verstehe auch, warum du dann nicht richtig dich beteiligen kannst. Ich weiß nicht, wenn du so lange Nachrichten schreibst. Da bist du schon mit Minuten beschäftigt. Ah, geil. Nein. Ja, meine liebe Mutter, lieber Vater. In der Tessera. Weh. Die Stadt verliert. Die Stadt verliert, weil sie die Dorf in die Mitte am Anfang gebetet haben. Shit. Haha. Wie kann das sein? Wer ist Mike Meier? Haha. Oh nein, ey. Ich wollte dich auch umbringen. Ich weiß, aber ich bin im Huhn. Ich wollte dir danach in die Schuhe schieben. Das ist meine Todesnachricht. Ich weiß nicht, ey. Ach, das heißt, der Scheiß-Auto hat mich auch abgeschlachtet. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich war DJ Hooker. Ich hab mich extra schick gemacht, ey. Was für... Oha, ey. Ich richte mich direkt im ersten Nacht ab, ey. Hä, sind die dumm? Die wissen doch, dass Mike der Serienmörder ist. Woher? Weil ich das doch gesagt hab. Wäre so vor euch das Medium gewesen? Medium, Random Town, war keiner von uns. Ach, schade. Ich war doch Sheriff. Ich war halt die Bitch. Jetzt muss ich aber einen richtigen erwischen, weil wenn ich jetzt einen Random Town erwisch, also einen Exit erwisch, am Omd, dann hab ich gewonnen. Das ist der Vote. Es geht um alles. Es geht um fucking alles. Mike Meier. Die sind zu blöd dafür. Ich hab schon den richtigen gewählt. Oh! Hä, warum? Das check ich nicht. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho aber hast du er hat sich verstanden doch wenn er jetzt in serienmörder hängt dann hat die mafia gewonnen wenn er der serienmörder ist er ist er ja ja aber das kann das wissen die nicht wissen ja aber der mafia typ hat geschrieben go for it mike die haben so scheißegal wenn der sheriff das ist der mafia typ hat gesagt die blühe ich weiß dabei habe ich so schön auf mir steht hinter dem klammern ich hab den sachsen hochgehen lassen es wäre egal gewesen wenn es immer das böse gewonnen gottfaser und schon oder der gottfaser und der serienmörder dann gewinnt automatisch der serienkiller wir hatten das letztens im livestream ganz ehrlich aber wie geil wenn ich jester werde ne 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 dein ziel erreicht int anlat Cara positiver in oh merk es needs taught